Ich höre natürlich hier so aus dem Dance-Bereich natürlich Elektro-Progressive-Ausen, aber ansonsten auch alles was so im Radio läuft. Ja, also speziell wie dieser Elektro-Group, so, hat ja angefangen letztes Jahr hier in Members of Media, so, dieser, einfach dieser versetzte Beat ist da noch frei. Ich finde, es gibt echt schöne Sachen, einiges, was nur so da liegt, wo es dahin gekriegt ist, das merkt, aber eigentlich nicht so viel mit zu tun wird.